Musik Herr Pinker, ich muss Ihnen was erzählen, was Kurioses. Ein junges Teenager-Pärchen, hat sich selbst mit der Handy-Kamera gefilmt, wie sie irgendwie intim wurden, um das mal ordentlich auszudrücken. Und hat dann ein kleines Filmchen produziert, das auch noch wirklich kein Spaß ins Internet gestellt und wundert sich jetzt, dass das ganze Internet über sich irgendwie herzieht und sich krank lacht. Aber das weiß man doch vorher sowas, oder? Häufig werden die Videos auch erst ins Netz gestellt, nachdem eine Beziehung beendet ist. So eine Spurrache ist dabei. Aber es gibt auch Fälle, wo die Dinge wie eine Trophäe oder wie ein kinoähnliches Event getauscht werden und voller Stolz irgendwo gezeigt werden. Ja gut, aber erstmal ist es ja ein absoluter Vertrauensbeweis, das zu machen. Ich meine, der andere ist daran auch beteiligt und wird sich ja nicht selber irgendwie schaden, indem man das Filmchen ins Internet stellt. Da kann man doch einfach mal zustimmen. Ich würde dem nicht zustimmen, weil die Erfahrung zeigt, wenn man sich mal getrennt hat, neigt man oder neigen manche Leute dazu, Dinge zu tun, die sie vorher nicht für möglich hielten. Die Gefahren liegen ganz eindeutig dabei, dass man sich die Zukunft verbaut. Das heißt, wenn man diese Videos im Internet hat, man wird sie nie wieder rausbekommen unter Umständen aus dem Internet. Oder wenn sie von Mobiltelefon zu Mobiltelefon getauscht werden, kann es durchaus sein, dass man relativ große Probleme mit der eigenen Familie, mit den eigenen Eltern bekommt. Wir kennen auch Vorgehen, dass Leute von der Schule verwiesen wurden wegen solcher Geschichten. Und für die eigene berufliche Zukunft ist es sicherlich nicht von Vorteil, wenn bei einer Recherche des Personalchefs oder des Firmenchefs bei Google als erster Suchtreffer so ein Pornovideo von einer Person auftaucht. Mal angenommen, ich hätte da irgendwie am Anfang zugestimmt. Kann ich das dann noch irgendwie später wieder rufen, wenn ich will, dass das gelöscht wird? Ich kann auf jeden Fall verlangen, dass das Ding gelöscht wird, weil es ja meine Persönlichkeitsrechte betrifft. Das Recht am eigenen Bild. Auf jeden Fall kann ich es verlangen, nur wenn es ein Betreiber ist, der seinen Sitz nicht in Deutschland hat, möglicherweise überhaupt gar nicht anschreibbar ist, weil nur irgendeine E-Mail-Adresse auf dieser ganzen Website zu finden ist, muss ich davon ausgehen, dass ich zwar das Recht habe, das zu löschen, aber dass ich eigentlich gar keine Mittel habe, an den Provider heranzutreten. Das heißt, selbst mit anwaltlicher Unterstützung werde ich möglicherweise nicht ermitteln, auf welchem Server das Ganze liegt, wer diesen Server betreibt und wer verantwortlich ist für dieses Angebot. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, wenn ich solche Dinge drehe und weitergebe, dass sie für alle Ewigkeit im Internet zu sehen sind. Ein weiterer Punkt ist, wenn irgendjemand das kopiert hat mit einer speziellen Software oder aus diesem Internetangebot wieder ein Handy-Video gemacht hat und das wieder von Handy zu Handy verteilt, ist es nahezu unmöglich, diese Dinge irgendwann wieder aus der Welt zu schaffen. Okay, das kann also wirklich sein, dass wenn ich irgendwann mal anfänglich so einer Sache zugestimmt habe, ich dann tatsächlich bis an mein Lebensende als jugendlicher Pornostar durchs Internet geister? Ja. 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 Vielen Dank.